Jogi, 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 Jogi löst! Sehr spektakulärisch. Ich bin ausgeschieden aufs WM-Turnier. Oder besser, ich bin vom Turnier zurückgetreten, weil das Leistungsniveau nicht groß genug war. Ah, Leonel. Hola, Senoritas. Euer Leonel Messi. Ich bin bescheiden. Ich bin aber der größte Spieler der Zeiten. Na, der größte Spieler ist Kichano Ronaldo. Du bist eher klein. Du bist ein großer Jammerlamp bist du. Ja, aber in meinem Land bin ich der größte. Don't cry for me, Argentina. Du bist ausgeschieden, weil du warst zu schlecht. Und Kichano Ronaldo ist ausgeschieden, weil meine Mannschaft war zu schlecht. Wer hat Champions League gewonnen in den letzten Jahren? Wer? Okay. Ja, aber Ballon d'Or hast... The truth is I never left you. Okay, wir machen Wettbewerb. Okay. Kichano. Okay. Kichano, Kichano, Lionel Messi. Die Kichano Ronaldo ist süß. Eins, zwei, kann losgehen. Sehr spektatorisch. Wer ist größer? Wer hat die größere Körpergröße? Okay, Lionel. Okay, alles klar. Ich bin größer. Er war ganz knapp. Kichano, ganz knapp. Ich möchte gerne ein Spiel machen. Wir machen Snick, Snack, Snuck. Okay. 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 Du hast verloren, Josh. Wer hat mehr Tattoos? Oh, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tattoos. Lionel Messi. Aber Kichano Ronaldo ist Gesamtgemälde. Süß. Ich habe gewonnen. Der nächste Wettbewerb ist FIFA 19. Si, si. Kichano Ronaldo gewinnt. Okay. Und los. Kichano. Auf mich. Flanke. Goal. Kichano Ronaldo ist süß. Warum funktioniert meine Controla nicht? Das ist Playstation. Wir spielen Xbox. Kichano Ronaldo hat gewonnen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der größte Fußballer im ganzen Universum? Wer ist der größte Fußballer im ganzen Universum? Wer macht Junior? Halt die Fresse! Oh, ohne Information. Russland gegen Spanien. Raus. Raus. Im Elfmeter schießen. Spanien nicht raus. Se girern wir schon nach Hause. Finde. Piratistops. Endes. Kichool. In Hactor sch milks.